Wir zeigen heute eine Runde Bad Wars auf der schönen map Sky Village und ich bin heute nicht alleine ich habe meinen guten kumpel alt bekannter seit 30 jahren nein okay hallo und mal gucken das ist lange her dass ich diese map gezockt habe die in dieser so alt irgendwie ja ja die ist auch irgendwie keine ahnung auf jeden fall sehr lang nicht online oder habt ihr nicht lang gezockt ich war reisen und krank und was weiß ich alles und darum kamen keine videos tut mir sehr leid und ich mache auch eigentlich auch spaß das muss nicht immer so streng sein aber heute habe ich mir gedacht machen wir mal eine gechillte runde Bad Wars mit Sorkits wollt ihr dass ich mal meine einstellung minecraft einstellung zeige schreibt mir unten in die kommentare das würde mich auf jeden fall sehr freuen und Sorkit hat ein neues mikrofon dasselbe wie ich habe und ja das wollte ich nur mal gesagt haben und ihr solltet jetzt meine mikrofon qualität auch so fresh ja die ist voll fräsch läufe die auf jeden fall okay ja ist halt echt so das mikrofon macht vieles aber auch der spielstil und die kommentare und alles mögliche meistens ist es eigentlich auch so dass leute die eine mehr bassreiche stimme haben mehr klicks kriegen finde ich oder mehr klicks sondern einfach angenehmer sondern mehr mehr likes würde ich nicht sagen mehr zuschauer nenne ich das mal dass ich meine stimme ist jetzt nicht voll bearbeitet aber ich habe sie ja natürlich einfach ein bisschen verbessert das finde ich ja auch schon gut aber wenn man die richtig dass das gar nicht mehr ist dann finde ich das auch irgendwie doof ne wollt ihr auch mehr blogs oder eigentlich nur zocken einfach wo ich zocke wie ich bis jetzt zu spiele zocke oder wollt ihr auch blogs wenn ich verreise wenn ich draußen bin ich habe ja eine gopro kamera wollt ihr dann auch gopro was weiß ich wenn ich draußen bin schwimmen keine ahnung halt spaß draußen haben wollt ihr dann auch videos davon oder oa ich kriege ich es wollen wo bist du ich komme in die mitte subi danke freut mich okay also was würdest du wollen sagst du äh dass du auch blogs macht macht ja ja ich habe ja ich habe ja zwei kameras hier zwei einblendungen von den zwei kameras und ja wollt ihr eigentlich ein clip video nenne ich das mal wo ich mein clip zeige dass ich für meine kameras habe weil ich habe ja eigentlich eine geile secret würde ich mal behaupten und das ist wirklich das hatte mir vorhin skype gezeigt ja das ist echt das ist echt geil ich finde ich finde rot hat ein bisschen hohen baustil die sind ein bisschen abgehoben ja ich habe einen bogen hast du mir erst mal bock gegeben ja ich weiß nicht ob du den getauscht hast du 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 hast ja kapiert ja ich kann da kommt schon von oben wieder ein gelber ne lasst dich nicht überraschend da kommt ein grüner boah ok ich gehe nicht hoch ich gehe nicht hoch ich bleibe ich bleibe unten ich muss hilfe ich bin tot nein oh nein okay leute wir sehen uns gleich in der nächsten runde so da sind wir jetzt in der zweiten runde mal gucken ob das eine bessere runde wird und ich wollte ich wollte gerade gucken welche map das ist ne und was schreibe ich Slash mp3 wir sind auf der Map Rush von Xi kann ich nicht lesen ok das ist ne das ist das Original Rush Map ne ja ja und alle Zuschauer die auch auf meinen Kanal verfolgen ähm falls ihr euch hundert Wochen auf meinem Kanal seid ungefähr andere Wochen keine Videos mehr kommen wir haben extreme Probleme mit der Telekom das kann ich bestätigen ich versuche so ein Video für ihn hochzuladen weil wir haben eine Folge Tobi vs Zockit aufgenommen für seinen Kanal und da muss ich halt seine Sicht ihm auch schicken und das muss ich halt lobt an deine Schicht Schicht Sicht ja und ähm das ging halt einfach nicht weil mit Internet nach zwei Minuten abscheißt wenn ich irgendwas hochlade und ja am Freitag kommt so ein Telekom Mensch oder irgendwann anders wenn er dann so ein Telekom Mensch ja und ähm der guckt sich das dann alles nur an und vielleicht also das längste was wir heute geskypt haben vor dieser Aufnahme ja vor dieser Aufnahme waren 18 Minuten sonst ist ein Internet durchgehend ge-frackt Alter wir bekommen Besuch ne ja ist schön ich hab Kuchen gebackt oh nein oh ich bin runter oh nein ich bin runter ja du bist rein du bist rein zehn Uhr fast zehn Uhr wir haben 15 und ich bin schon total brainerfk ja merkt man tschüss haha ah legendary alter legendary der hat nen bone ne wow alter halt schon sein Team ist ganz richtig heftig am Pumbobben die haben einen Bogen ja sag ich doch ja ich weiß ich hab's gerade noch mal bestätigt mein Schock soll ich zu dir kommen? ja mach mal brauch mal Hilfe Alter diese alte Block hier worauf ich gerade stehe wenn ich jetzt mit dem Bogen getroffen werde Alter die sind da wie in so einem Nest ja also wir haben alle ja wir haben alle ich habe die gerade mit dem Bogen ein bisschen ja wir haben richtig ich hab richtig schaffst du es? jo also noch hat keiner Equipment komm 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 ja aber nur einer kurz was essen und jetzt komm ich gehen wir? ja und go ich baue beide oh ich wäre beinah runter gefallen Alter okay erstmal auf den mit Equip die anderen sind Müll ich baue schon ein Bett ab hab den mit Equip hab 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 nice 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 hab den nice man nice nice so muss es sein GG seriously das war ne geile Runde das war ne geile Runde das war ne richtig geile Runde so auf jeden Fall wenn euch die Folge gefallen hat lasst nen Daumen hoch oder auch runter wenn euch die Folge nicht gefallen hat lasst nen Kommentar da das würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen und ähm dann würde ich mal sagen guck bei Zeuge vorbei ansonsten willst du was sagen? abonniert mich abonniert mich abonniert mich okay also bis dahin tschau und hin alles klar ja das war ein bisschen viel am Ende aber tschüss 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 tschüss